Ich versuche eine Million Euro mit Spielentwicklung zu verdienen. Und so viel habe ich im Juni verdient. Diesen Monat gab es erstaunlich viel Geld durch Werbung auf meinen YouTube-Kanälen. 55 Euro für meinen Deutschen und 56 Euro für meinen Englischen Kanal. Außerdem noch 94 Euro für meine YouTube-Shorts. Zusätzlich habe ich einen Kooperationsvertrag mit Core. Für meine Core-Videos auf TikTok und für jeden, der sich das Programm über meinen Link holt, bekomme ich Geld. Im Juni waren es 756 Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017